Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Für wen eignet sich eigentlich die gute alte Katze als Haustier? Darum soll es heute gehen. Katzen sind sehr eigenständige Tiere. Sie beschäftigen sich sehr gerne mit sich selbst, sie haben gerne ihre Ruhe. Es gibt natürlich auch verschmuste Stubentiger, die viel Kontakt zu Menschen suchen. Das gibt es natürlich auch, kommt immer so ein bisschen auf den Charakter der Katze an. Viele von ihnen verbringen aber gerne auch viel Zeit alleine, schlafen, futtern, ein bisschen Strom an draußen rum. Und ja, Katzen sind also, wie ich finde, Haustiere für Leute, die ihr Haustier in erster Linie ihr eigenes Ding machen lassen wollen. Und ja, vielleicht hilft dir das bei der Entscheidung, ob eine Katze zu dir passt oder nicht. Danke fürs Zuhören. Ciao.